Auf dem Weg zur Arbeit habe ich bei einem meiner Trödelhändler diesen tollen Paravan hier gesehen und den sofort mitgenommen. Der alte Stoff musste natürlich runter und danach habe ich alles gründlich gereinigt. Der neue Stoff ist ein Velour mit Digitaldruck, den ich hier am Rand mit Teppichklebeband fixiere und in der Mitte mit Sprühkleber. Eigentlich hätte ich die Leisten gerne rausgenommen, aber die wurden voll verleimt. Deshalb Plan B. Okay, unten scheint es mal eine Glasscheibe gegeben zu haben, deshalb nehme ich die Fassung raus, denn jetzt kommt Wiener Geflecht zum Einsatz. Das Geflecht wird jetzt gefärbt mit Beize und das noch feuchte Geflecht setze ich jetzt in meinen Rahmen ein. Beim Trocknen zieht sich das Geflecht wieder zusammen und hat richtig schön Spannung und den überschüssigen Rand schneide ich weg. Bis zum nächsten Mal.